also wenn sie tot sein sollte na gut ne ja wahrscheinlich dann auch wenn sie wirklich tot sein sollte wir könnten uns schwert machen was uns leider nichts bringt weil es ab stufe 13 ist das kotzt mich hart an aber richtig hart wahrscheinlich wenn wir stufe 13 kriegen wir wahrscheinlich ist der baron zuhause kommt drauf an wer fragt ein hexer sprechen und ich will die schöne königin sero ficken hab den schon mal gesehen in der taverne am scheideweg du warst da ist nicht lange her ich dachte du solltest brav deinen eigenen weg gehen habe ich verlaufen nicht wohl habe ich hat mich hierher geführt er hat mich hierher geführt ich muss den baron sprechen und warum das ist nur für seine ohren bestimmt nur drin lassen eintreten wir sind im zahlenmäßig überlegen wenn er ärger macht öffnet das tor feldwebel der hexer will den baron sehen mach ja keinen ärger verstanden was denkst du nur ich hoffe das geht gut ich hab eigentlich nicht vor ärger zu machen ernannte dich feldwebel bist du ein themärischer soldat geht dich nichts an dieser tür die themärische armee gibt es nicht mehr was tut ihr dann hier wir hatten die wahl nachdem uns die schwarzen besiegen und fügen und ein normales leben führen oder widerstand üben und sind freischern anschließen und bis zum tode für unser geliebtes temerien kämpfen wir wählten ersteres und der baron ist euer anführer ja anführer hat sich nicht sehr überzeugend an hier ist nichts für dich hier ist nichts für dich wie soll er denn hier holst du das mal wieder das waren bälle annie und ich haben einige mitgemacht wie wir tanzten und uns treten 1 2 3 1 2 3 genug egal wie du es anstößt die lieferungen müssen wöchentlich erfolgen bleibt ihr nicht zum tee nein du hast noch einen anderen gast auch den anderen kannten wir doch schon sieh einer an bleiben nicht mal zum tee faseln über kultur aber haben keine ahnung davon es ist einfach nur gelaber gerüchte sind in wahrheit meist haltlos insbesondere solche über fremde da hast du recht ich bin ich weiß wer du bist und ich weiß auch warum du hier bist wir reden drinnen ist das der blutige baron oder blutbaron wie ist er denn jetzt fühl dich wie zu hause da ist er ja ein schlückchen ist ja gerne natürlich da sage ich nie nein warum nicht ganz nach meinem geschmack nach voll tests tot und natalys verschwinden verdammt auf welche anständigen temeria kann man heute noch trinken trinken wir auf uns warum nicht nun zur sache ich bin philipp strenger doch in den dörfern hier nennt man mich den blutigen baron gerald von riva in den dörfern nennen sie mich den schlechter von blabig ich sagte doch schon ich weiß wer du bist das ist auch der einzige grund für unser gespräch gefällt es dir in wählen nein es ist grauenvoll aber wir sagen natürlich was anderes toller ort über als süpfe moore und schlamm ganz genau wenn hier jemand vom weg abkommt findet man ihn kaum wieder worauf willst du hinaus viele haben hier ihre liebsten verloren manche ihre frauen andere ihre töchter du drohst mir was soll das heißen drohst du mir du bist nicht so schlau wie ich dachte nein ich drohe dir nicht ich sag's frei heraus ich weiß wen du suchst sie kam vor einiger zeit hierher erschöpft verwundet und stank wie ein nasser hund nach einer jagd wie ich erfuhr kam sie aus dem sumpf sie sagte monster aus dem wald hätten sie vor dem dorf angegriffen was wenn du als serena spielst hast du keinen zugriff auf das inventar und kannst keine zeit zeichen wirken das war knapp ich muss hier weg die ist groß geworden sie läuft sehr lustig sie läuft sehr lustig wollte ich sagen so rum ich dachte er wäre tot was war das denn verdammt das ist aber geile kiste das macht spaß also bis an die haarfarbe würde ich sie glaube ich kaum wieder erkennen mit salto hallo hast du dich verirrt ein bisschen schon und du ja komm ja aber auch nur ein bisschen du meinst du weißt wo es lang geht nicht ganz noch nicht aber zusammen finden wir den weg bestimmt was ist dir denn passiert das ist gar nichts was machst du denn hier wo wohnst du vielleicht mal fragen was sie gemacht also medien allein im wald ist schon komisch wie bist du denn hierher gekommen mit meinem vater ich sollte dem süßen fahrt folgen und essen was ich mag er wollte warten also habe ich das gemacht aber dann wollte ich ein schmetterling fangen und kam vom weg ab oh gott warum dem süßen fahrt folgen warum wollte dein vater dass du dem süßen fahrt folgst weil wir nichts mehr zum frühstück hatten verstehe ich nicht ich war böse hab den milchkrug zerbrochen deine eltern waren wohl wütend mutter fand ich sollte haue kriegen aber vater sagt es gibt sowieso zu viele mäuler zu stopfen mich zum süßen fahrt zu schicken wäre die lösung sie haben sie ausgesetzt aber die kannst du nicht nach hause schicken du und dein vater wann seid ihr aufgebrochen heute früh hat die sonne euch das gesicht oder den rücken gewärmt den rücken dann müssen wir nach osten komm ich bring dich heim und ich sag deinen eltern dass sie keine kinder im wald verlieren dürfen wir können nicht heim der wolfskönig und sein rudel der wolfskönig wölfe haben keinen könig diese schon hast du ihn gesehen ja naja von hinter einem baum er war riesig mit großen augen und zähnen und er war schrecklich fürchterlich wer wohl vielleicht schau was ich auf dem rücken hab wölfe fürchten es könige auch die kannst du nicht wieder nach hause bringen na gut wohin sonst ne scheiße ich finde es voll cool dass wir jetzt thriller spielen oh 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 schnell versteck dich boah ist dat geil okay 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 Krasser Scheiß. Ja, andere dafür bezahlen. Das ist glaube ich aber alles. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Vater da ist. Achso. Also doch. Wahrscheinlich ein Werwolf. Oder irgendwas in die Richtung. Wahrscheinlich der Vater. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Augen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet. Geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Ach du Scheiße. Oh. Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das ist bestimmt ihr Vater. Also von der Kleinen. Hm. Das Bein abgerissen? Nein. Abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Was? Wie war das denn? Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Pfff. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich hab kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsam machen? Nein. Ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbann? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Hehehe. Okay. Ähm. Müssen wir das jetzt machen? Äh. Achso, das können wir eigentlich, ne? Sammeln Wolfsbahnen. Sammeln Hunde. Petersilie. Ähm. Also wir müssen jetzt erstmal Kräuter sammeln. Die wird's ja wahrscheinlich hier genug geben. Oh Gott. Sie hat aber nicht die Hexersinne, ne? Kann ich über ihr nicht verwenden. Fähreste du? Wälse. Versteck dich rasch. Nein, ey. Die sind doch einfach viel zu schnell. Nein. Nein. Nein, ey. Ja, halten wir fest. Nochmal so'n Angriff und ich bin definitiv... Ach, die heilt sich! Die hast du aber zugerichtet. Die haben mich zugerichtet. Die haben mir viel schlimmere Sachen... ...gemacht sich mit denen. Naja, oder auch nicht. So, das haben wir... Was haben wir jetzt hier? Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Weges gibt es genug zu essen. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Jaja, das Rätsel haben wir ja schon gelöst. Mit der Biss. So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Oh Gott, kann ich speichern? Ich kann mich speichern. Ey, mir schwant da gleich echt böses. Was? Allein schon wieder das Kind losrennt hier. Oh Gott. Mal davor. Oh Gott. Ich will nicht. Okay, das war ne blöde Idee. Kommt sie jetzt nicht hier runter? Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Genau. Da ist ne Höhle. Lauf mal durch die Höhle. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann hab ich auch keine. Oder ist das kleine Mädchen ne? Nee. Hoffentlich nicht. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Versteck dich. Ich habe noch keinen Erfolg. Und dann bin ich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich mit diesen Punkt. Und ich habe mich. Ich habe mich mit